Diese Wesen können nicht als Menschen angesehen werden. Sie scheinen über keine oder nur wenig gedankliche Fähigkeiten zu verfügen. Aber einige Grundgeschicklichkeiten und Verhaltensmuster aus dem normalen Leben bleiben erhalten. Es liegen zum Beispiel Berichte vor, dass diese Wesen Werkzeuge benutzen. Aber auch da sind sie nur zu äußerst primitiven Handlungsweisen fehlend. Zum Beispiel umgezielte Schlagen mit Stöcken und Endgüssen. Wie Sie wissen, sind sogar gewisse Tierarten in der Lage, den Gebrauch von der KG-G-Stöcken zu erlernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017